Außerdem ist mir das doch egal, ob ich es verkackt habe oder nicht. Ich meine, Ethik nützt doch eh nichts im Leben. Es macht doch nicht mal Sinn. Ich meine, da lernt man was über traurige Sachen und Gott und dank Ernte fest. Echt, wofür braucht man denn das das ganze Leben?